Die törichte Gier Alles, was es da in der Welt an Lieblichem und Erfreulichem gibt, da springt der Durst auf. Die, den Durst haben wachsen lassen, die haben das Leiden wachsen lassen. Die, das Leiden haben wachsen lassen, die sind nicht frei geworden von Geburt, Altern und Sterben, von Kummer, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung. Nicht frei geworden sind sie von Leiden, sage ich. Gleich, als wenn da ihr Mönche ein Gefäß voll Flüssigkeit wäre, schön anzusehen, wohlduftend, wohlschmeckend, aber mit Gift versetzt. Und ein Mensch käme heran, von der Hitze ausgedörrt, halbtot vor Hitze, ermüdet, zitternd, verdurstet. Zu dem würde man folgendermaßen sprechen. Dieses Gefäß voll Flüssigkeit, lieber Mensch, ist schön anzusehen, wohlduftend, wohlschmeckend, ist aber mit Gift versetzt. Falls du Lust hast, so trinke. Solange du trinkst, wird dir das verborgen bleiben, durch Aussehen, Geruch, Geschmack. Wenn du aber getrunken hast, so wirst du als Folge davon dem Tode verfallen oder tödlichem Leiden. Der würde jenes Gefäß voll Flüssigkeit hastig, ohne zu überlegen, austrinken, würde nicht verzichten und würde als Folge davon dem Tod verfallen oder tödlichem Leiden. Ebenso auch, ihr Mönche, all diejenigen, die, was es hier an Lieblichem und Erfreulichem gibt, als unvergänglich ansehen, als glückvoll ansehen, als wesenhaft ansehen, als krankheitsfrei ansehen, als gesichert ansehen. All die lassen das Leiden wachsen. Die das Leiden wachsen lassen, die werden nicht frei von Geburt, Altern und Sterben, von Kummer, Jammer, Leiden, Kram und Verzweiflung. Sie werden nicht frei von Leiden, sage ich. Sie werden nicht frei von Leiden, die, wer es geht. wenn ich gut 죄 nicht beschreibe, deswegen bin ich unterwegs, Vielen Dank.